Hallo Leute und herzlich willkommen zu eurem neuen Video. Heute mit dabei, Inno Inno, denen der Kanal gehört. Und ich bin nur die Sprecherin von dem Anfang, heute. Und wir haben hier so eine genannte Nintendo E-Shop Card mit 25 Euro drauf. Und hier seht ihr Donkey Kong und sein Kind. Sag ich mal, ist am Glauben. Ich weiß nicht wie er heißt, Donkey Kind, oder? Also, Donkey Kind. Ja, das werde ich jetzt nennen. So, und was werden wir hauptsächlich für Lai, also es ist fix, dass wir es für Fortnite ausgeben. Und vielleicht auch noch für, kann man eigentlich in, wie heißt es denn schnell? Also, wir machen es. Ja, egal. Wir machen es einfach für Fortnite. Ja, ähm, du lenkst die Tabelle mal kurz ab. Okay, mach ich. Okay, mach ich. Also, wie ihr hier sehen könnt, haben wir hier etwas ganz Schönes. Und zwar... Kann ich mal das Licht ausschalten? Ja. Okay. Ich will euch jetzt nicht das Zimmer zeigen, weil es ist nicht so richtig. Das sieht aus wie, ähm, die, wie heißt es denn schnell? Und hier haben wir ein Klavier, also Keyboard, oder was auch immer das sein soll. Es gibt ja so viele Arten von dem Terminoten. Das sieht er jetzt leider nicht. Oh ja. Hast du heilgeschickt? Ja, ich habe mir einen Code eingegeben, weil es ist ja Datenschutz, wie ihr das schon gegeben habt habt. Ja. Ich spiele euch dann lieber nichts vor, weil das klingt scheiße. Naja. So, wir schweigen jetzt das Licht wieder ein. Und die Disco aus. Ähm, hast du es? Nein, gleich. Gleich. Warte. Ich hasse es, solche Codes einzugeben, das ist der Horror. So, jetzt habe ich es. Du hast es. Also, hier steht, hinzugefüßtes Guthaben, 25 Euro. Ja. Guthaben hinzufügen. Guthaben hinzufügen, hier. Okay. Und jetzt zurück zum Spiel. Zustimmen? Kaufen. Zurück zum Spiel. Also, jetzt habe ich 2500 Euro. Und als ich hätte mir natürlich auch diesen Skin. Das wird besser gewesen, oder? Hä? Na, aber dann hätte ich nur noch ein 5 Euro gehabt und es gibt nichts um 5 Euro. Außer diesen Skinner. Wow. Und das ist jetzt nicht so gut. Also, wir haben jetzt... Zumal auf die Re-Box. Ja. Ja, 20... Ach, jetzt zieht man es. Jetzt zieht man es. 2850. Also, hier gibt es die Skins. Was für ein... Kaust du dir ein Fußball-Skin oder irgendwie, oder? Keine Ahnung. Also, diesen Fußball-Skin gibt es... Nimm ihn in Österreich. Ja, ich weiß. Oder in Juventus Turin. Also, es gibt wirklich... Da kann man alles... Das, was wir hier sehen, wenn wir ihn gekauft haben, dann haben wir alle Landschaftsflaggen. Was wählst du? Ja, nehmen wir die. Das sieht ganz cool aus. Y erwerben. Yes. Ja, wir haben ihn. So, und wenn wir jetzt hier drauf drücken, dann warte, dann drücken wir Y. Und jetzt können wir... Alle. Alle haben. Ähm, geh mal auf Italien. Na ja. Da sind wir Juventus. Nein, das ist nicht Italien. Nee, Juventus. Ach, ja, stimmt das. Also, wir nehmen mal... Österreich. Gibst du Österreich? Nee. Das ist nicht schlimm. Dann nehmen wir Deutschland. Was? Ist das Deutschland? Äh. Oder das? Ich glaub das. Ja. Ja, genau, das ist das. Okay. Und jetzt entziehen wir uns Rücken, also es war mal nichts. Und Spitzhackel kaufen wir uns vielleicht auch eine neue. Ähm, wie war's denn mit? Ja, genau. Also, Itemshop. Also, zeig mal die... Also, es gibt natürlich diese. Hm, gibt's noch? Hm, nein. Die eine, die eine, die eine. Den da. Den? Das ist super. Wie bin ich ja? 500. Ja, ich bin ja ein Fußballfan. Warte, 500. Dann haben wir noch... Äh, 1150 haben wir da noch. Dann könnten wir uns diesen Tanz kaufen. Ja, der ist cool. Und die rote Karte. Wollen wir ja von Fußball reden. Naja, die rote Karte sieht man jetzt nicht. Also, weil... Okay, dann kaufen wir uns diesen. Ja, der. Da haben wir noch 1150. Cool. Okay, kauft. Ja, wie gesagt. 1150. Jetzt kaufen wir uns den, oder? Ja. Y. Gekauft. Und jetzt kaufen wir uns noch rote Karte. Erwerben. Also, wir haben jetzt ziemlich viele Sachen gekauft. Also, das Herz von Null gibt es leider. Also, den Flieger gibt es leider nicht, weil den kennen wir als nulles Geschenk. Ich weiß ja nicht, für was das gerade ist. Keine Ahnung. Und das sind heute Sachen. Was wird es gekauft? Jetzt haben wir noch 450. Also, wir schauen jetzt mal die neuen Sachen. Einmal rote Karte. Und den anderen? Und der. Ist echt cool. Den tun wir gleich als erstes. Warte, warte, wo ist der Gründ? Der war blau. Nein. Ich habe jetzt schon ziemlich viele Tänze. Nein. Ja. Und da tun wir, ähm, das war eine rote Karte. Die ist, glaube ich, grün gewesen. Oh, wo ist sie? Weiter. Ja, ist echt cool. Und... Fitnessrunde? Fitnessrunde passt gleich zum Fußball. Und Leuchtstäbe. Ähm, wie wärst du mit Gitarre? Und dann zieh, weil die ist ein Zaun. Okay. Und dann, was haben wir noch? Ah ja, die Spitzhacke. Ziemlich cool, in Gold. Ja. Nicht vergoldet, in echtem Gold. Und dann nehmen wir es zurück, Nassessor. Ähm. Gibt es eine Fußball-Rausung? Nein. Haben wir gerade nichts. Oder wir nehmen nichts. Ja. Und dann... Haben wir noch was in Item-Shop? Ja, hätten wir. Aber wir haben jetzt leider keine Weebucks mehr. Oder 450. Ja. Also, und das war... Das Tolle. Echt interessant. Nein, warte, warte. Wir spielen wir vielleicht noch zum Abschied. Abschied. Soma. Nein. Wir nehmen einen Gruppenkeiler. Also, das wäre ich, glaube ich... Warte mal. Ach nee, das kriege ich halt. Oh, Mann. Also. Spiel. Es wartet auf den Server. Wir haben jetzt kein Video gemacht. Ich weiß. Nein, nein, Spaß. Ich bin so dumm. Manchmal. Warum? Das ist jetzt der Fußball-Skin. Also, zumal ein bisschen besser, oder? Ich mach ein bisschen besseres Video. Ey! Also, wir fahren mal runter. Ich lande mal in Wailing Woods und schaue uns den Skin mal an. Ich weiß jetzt, dass ich nicht mehr... Oder... Ich muss jetzt den einsetzen. Und sehen wir uns mal den an. Ja. Das dürfte echt cool ausgehen. Aber kann gut... Die Spitzik ist auch nicht schlecht. Also, ich würde euch empfehlen, wenn ihr 25 Euro habt... Macht das. Das ist echt cool. Ist hier die Tiere. Also, es gibt natürlich nur heute noch dieser... Also, entweder ihr zahlt es bei... Wie heißt es, Quint? Nee, dann du ich schon. Ja. Und dann du... Ihr zahlt es bei... Ihr wisst wohl... Dingspunkt... So wie wir es gemacht haben, oder mit euren eigenen Kosten. Also... Oder es zahlt euch... Aber ich würde es euch empfehlen, wenn ihr das mäht. Also, so kann man halt schnell arbeiten. Ja. Und das war das Video, oder? Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.